...Ungarn nach Italien ausgewandert. Rosella Fischoff ist eine ehemalige Miss Italia, die auch das Schlagerfestival in San Remo gewonnen hat. Die beiden musizieren und singen nach wie vor gern miteinander. Wie gesagt, zu Hause sind sie nicht nur in Güssing, sie haben auch einen Wohnsitz im ungarischen Ketschkemet und in Rom. Bei uns singt Rosella Fischoff nun begleitet von ihrem Mann Tom am Klavier ein italienisches Weihnachtslied. ... ... Carissimo Natale, amico dei sogni più lieti, di tutti i tuoi segreti che confidavo a te. Carissimo Natale, ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020